Hi, ich bin Niklas. Herzlich willkommen bei John Deere. Heute möchte ich Ihnen etwas Neues vorstellen und zwar den ExpertCheck 7 Plus. ExpertCheck 7 Plus erweitert den bekannten ExpertCheck Service um alle John Deere Produkte, die sich nicht mehr in der Serienproduktion befinden. Zum Beispiel die bewährten John Deere 7000er Häcksler oder die WTS Medrescher Baureihe. Wie auch beim bekannten ExpertCheck wird im Rahmen von 7 Plus eine umfangreiche Inspektion durch unsere technischen Experten vorgenommen. Alle Erkenntnisse zum aktuellen Maschinenzustand werden in einem Prüfbericht festgehalten und eine kundenorientierte Empfehlung abgegeben. Zum Beispiel durch den Einsatz unserer wieder aufbereiteten Komponenten, der Remand-Linie oder unserem neuen alternativen John Deere Ersatzteilwurf. Alle sind für uns geprüft, zertifiziert und mit Preisvorteilen von 20 Prozent eine attraktive Alternative. Mit dem ExpertCheck 7 Plus bieten wir einen preiswerten und dennoch präzisen Inspektions-Service für Ihre bewährte John Deere Erntemaschine, mit der die Zuverlässigkeit für viele weitere Jahre und ohne Kompromisse gewahrt bleibt. Seien Sie bereit für die nächste Ernte und sichern sich noch heute Ihren Termin für den nächsten ExpertCheck 7 Plus. Wir freuen uns auf Sie!